einen wunderschönen montagmorgen ich hoffe sie hatten alle ein schönes wochenende und können sich nun auf den start der neuen woche auch in bezug auf den handel freuen wir starten den wochenauftakt wie jede woche montag mit ein paar handelsideen rund um die märkte präsentiert von ticmill mein name ist mike seidel und ich präsentiere ihnen wie immer auch an dieser stelle die besprechung meines blog eintrags wer den blog noch nicht kennt schauen sie einfach bei ticmill vorbei da gibt es den blog die seite auch in der abkürzung blog.com.de hier finden sie alle handelsideen jeden morgen circa acht uhr stelle ich diese ideen hier hinein und wir besprechen sie dann entsprechend an ja gegen neun uhr hier auf facebook live im live streaming beziehungsweise für all diejenigen die den ganzen marktausblick hier im nachgang anschauen wollen sehen sie das natürlich als video auf facebook beziehungsweise bei dem youtube kanal von ticmill so viel dazu jetzt mache ich den blog einfach mal weg und wir starten mit dem heutigen webinar und übrigens auch vielen vielen dank für die live zuschauer auch hier einen schönen guten morgen an diejenigen die das ganze auch direkt hier mit anschauen wie immer der risikohinweis der handel mit devisen und cfds auf margen kann zu verlusten führen sie riskieren ihr investiertes kapital zu verlieren das möchte ich sie bitten an dieser stelle auch mit zu bedenken und zur kenntnis zu nehmen wir haben in der letzten woche ja auch über den nachrichten vorausblick für die aktuelle handelswoche gesprochen und wir starten natürlich auch den heutigen handelstag wieder auf den blick mit den nachrichten und zwar die wichtigsten nachrichten heute morgen um 9.30 Uhr den einkaufsmanager index für das verarbeitende gewerbe sie sehen die prognose ist ganz ganz leicht rückläufig im vorherigen monat waren es 58,2 punkt jetzt erwartet der markt 57,6 punkt am nachmittag gibt es dann auch bei der relevanz drei das heißt bei den wichtigsten nachrichten eine information noch einmal zu dem thema bestehender häuser in den usa und sie sehen sie hier am vormittag einige nachrichten zwischen 9.30 und 10 uhr rund um das thema einkaufsmanager index also hier wichtige dinge und auch aus den usa gibt es dann am nachmittag noch informationen um die themen einkaufsmanager indizes verkäufe bestehende häuser all diese dinge am heutigen montag der wichtigste tag ist wahrscheinlich für uns europäer der blick auf den donnerstag wenn die zentralbank tagt und die pressekonferenz auch entsprechend abhält was habe ich für sie heute morgen vorbereitet wie ich im blog auch geschrieben habe es geht diesmal um ein paar währungen ich habe das cable für sie mitgebracht also den britischen fund us dollar ich habe euro britain pound und ich habe für sie mitgebracht austral dollar us dollar auch noch mal einen blick hier rein aber bevor wir damit anfangen nochmal ganz kurz das resümee des freitags ich hatte am freitag schon beziehungsweise am donnerstag geschrieben wir hatten leichte top bildungen bei den indizes was heißt top bildung wir hatten ein kerzenbild wo wir indizes mit doji kerzen hatten das heißt der markt war nicht so richtig euphorisch mehr nach oben nachdem wir schöne anstiege in den indizes auch gesehen hatten das war so ein zeichen von naja so richtig traum mit dem frieden nicht oder wie auch immer dann wurde das ganze auch bestätigt am folgetag die indizes sind dann am wochenende oder zum wochenende hin doch ein ganzes stückchen zurückgekommen das heißt die starke vorwärtsbewegung hat hier ein wenig korrektur gefunden ist nichts schlimmes ist die aktuelle situation wir bewegen uns ja in lebendigen märkten untersuchen wir halt dann entsprechend immer unsere trades heraus und bei den trades blicken wir gleich einmal direkt in die e-charts hinein und wir starten mit dem währungspaar great britain pound us dollar und da ist es wie es sein soll schauen sie sich das an wir hatten hier in der letzten woche darüber gesprochen der markt lief innerhalb seines hier gebildeten aufwärtstrands schön nach oben hatte hier diese umkehr kerze im markt gebildet und das habe ich hier auch letzte wort zum anlass genommen um zu sagen okay wenn diese kerze bestätigt wird dann können wir halt stück für stück ja auch nach unten laufen und sie sehen wie tief der markt mittlerweile reingelaufen bin ich habe in der vorbereitung zu diesem heutigen webinar habe ich meiner frau erzählt mensch letzte woche hatte ich beim kebel gesagt hier umkehrformation und sie sagte und was ist passiert und ich sage so naja von oben nach unten richtig schön durch die ganzen ziele gelaufen da kam sie an und sagt hier du warst doch short ich sage ja genau das ist es und dann sagt sie und jetzt ist unten angekommen und sie sage ich sage richtig und sie kommt dann an und sagt hier ich bin jetzt long also das ist total passend das ganze auch hier zu sehen die märkte verraten uns hier so viel und so sieht die handelsidee hier ansprechend auch aus an dieser stelle wir haben hier den markt unten in diesem weiten unterstützungsbereich den wir hier haben im bereich dieses letzten korrektur tiefs was wir unten haben bei knapp 1.40 in diesem bereich ist der markt schön runtergelaufen auch schnell runtergelaufen das ist ja auch toll da müssen wir nicht so ewig warten und jetzt ist es halt wichtig was macht der markt denn hier unten er hat halt hier immer zwei möglichkeiten entweder erbricht den trend dann könnte es weiter tiefer gehen hier haben wir dann unterstützungslevel an den entsprechenden korrektur tiefs dieses aufwärtstrends hier nach oben befindet sich jetzt hier das nächste kurzfristige um 1.39.052 gefolgt von 1.38.021 und dann haben wir hier unten noch ein level wo der markt halten könnte bei 1.37.243 dann ist der markt allerdings auch nicht mehr in diesem bilde hier in die long richtung unterwegs sondern dann ist dieser kleine aufwärtstrend oder dieser momentane aufwärtstrend hier gebrochen das heißt wir sprechen hier dann auch nicht mehr über long ideen in diesem bereich was hier natürlich dann interessant wäre wäre zu schauen wie sieht denn hier die woche aus weil wenn wir mal schauen die großen swings der woche die haben wir ja hier in diesem bereich und da ist es halt so dass die woche dann anfangen würde zu korrigieren und zwar tiefer zu korrigieren über den trendverlauf des tages aber das ist ein anderes bild das ist ein viel viel längerer zeitraum den wir hier betrachten aber für den einen oder anderen händler der nicht in den kleinen zeitheiter hätten sondern eher in den wochen statt auch sehr sehr interessant warum ist das interessant na klar wenn wir hier tief korrigieren schauen wir mal ganz kurz in die woche der markt hat ja bis hier runter platz vom prinzip her und dann wäre das auch zu ende wobei wir sehen jetzt auch hier ich sehe gerade in der woche hier unten ist auch der letzte punkt der woche bis die woche gebrochen wird also hier von der seite her macht es sinn doch immer mal in den wochen statt zu gucken in unserem kleinen beispiel jetzt hätte das auch keine riesengroßen auswirkungen mehr gehabt das heißt der markt wird hier unten an dieser stelle auch die woche in die short situation bringen aber kommen wir nun zurück auf die aktuelle trading idee wenn der markt hier unten die stärke widerspielt dann haben wir natürlich eine ganz ganz tolle situation weil wir haben hier oben die widerstände liegen wir haben dann wenn diese stärke aufgenommen wird wieder den weg in trendrichtung hinauf nach oben und wenn sich dieser trend hier fortsetzen sollte na klar dann läuft der markt erstmal auch hier oben über diesen punkt drüber das heißt das wäre auch das finale und wir können hier oben sehr 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 viel weg mitnehmen bis dahin haben auf dem weg dorthin auch einige marken noch liegen die ich aus dem stunden chart für sie auch herausgezogen habe weil sie wissen ja ich schaue mir gerne auch die untergeordneten trendgrößen an wenn es denn sinn macht hier in diesem bereich konnte man schön den trend im tag sehen nach oben hingerichtet als als marke hier aber untergeordnet hat man auch nicht wirklich viel gesehen zumindest wenn man genaue trendverläufe haben möchte deshalb schauen wir einfach mal in die stunde her nahe hinein ich zoome das mal etwas zusammen und das sehen wir ganz klar hier unten was hat der markt hier gemacht wir haben jetzt hier untergeordnet schon einen kleinen aufwärtstrend gebildet aber dieser aufwärtstrend ist erstmal noch nur eine korrektur des übergeordneten stunden abwärtstrends der geht ja hier in diese richtung hinein ich gehe das mal kurz durch der läuft vom prinzip hier schön nach unten hin hier müssen wir erstmal drüber über die 1.40.425 dass dieses signal im endeffekt auch hingeht und zu sagen okay wir machen uns jetzt hier auf die long richtung unterwegs das heißt dann wäre das bild hier tatsächlich gegeben dass wir so eine umkehrte nachfrage im chart auch direkt schon sehen also ähnlich wie wir das hier vorhin gesehen haben sehen sie mal bewegung korrektur bewegung ist ein schöner laufender aufwärtstrend wir müssen halt hier oben drüber damit dieser trend gebrochen ist dann haben wir in der stunde wieder einen aufwärtstrend der in den aufwärtstrend des tages läuft also zwei homogen laufende trends in die gleiche richtung und das ist das was eine schöne bestätigung auch ausmachen könnte oder kann wir haben das ja hier auf der oberseite auch gehabt als der markt hier rum gedreht ist hat er diesen aufwärtstrend gebrochen und da wussten wir ach jetzt fängt die korrektur an also können wir uns hier nach unten positionieren also von der seite her alles sehr interessant und direkt im chart zu sehen wer übrigens fragen dazu hat auch von den live zu schauen ich lade sie ein stellen sie ihre frage ruhig wir schauen auf das währungspaar den index oder den rohstoff oder die kryptowährung oder den zinsmarkt wen sie im kopf auch haben bis dahin mache ich für sie einfach mit dem nächsten währungspaar auch weiter vorbereitet habe ich hier den euro britischen fund und zwar auf dem tageschat auch hier euro britischer fund ist hier an dieser stelle in einer sehr spannenden situation angekommen was macht's spannend schauen sie ich suchen das mal etwas größer hinein damit wir hier den markt haben wir haben hier einen bestehenden abwärtstrend ich zeichne den für sie auch gleich mal noch ein da können wir dann direkt drüber sprechen die linienfarbe ändere ich für sie mal schnell noch ab sie sehen auch wie schnell das geht eine linienfarbe zu ändern doppelklick drauf dann können sie hier die farbe ändern sie können auch die art der linie ändern damit sie das für ihre chartanalyse auch machen können mit unterschiedlichen linien zu arbeiten das sind einfache sachen die sie im metatrader relativ intuitiv bedienen können so dann haben wir hier die bewegung also die korrektur dieser starken aufwärtsbewegung gehabt so dann haben wir jetzt hier den trend und was ist mit dem trend los der trend ist momentan sehr sehr tief korrigiert das heißt vom prinzip her ist der markt in diesem widerstand oben reingelaufen in diesem widerstandsbereich das ist auch hier das letzte korrektur hoch um die marke von was haben wir hier oben 0 87 960 in diesem bereich hinein hat hier auch schon wieder rum gedreht das heißt das ist ein zögerlicher bereich hier oben wir sind übergeordnet abwärts gerichtet das heißt umkehrsignale hier in diesem bereich sind ein interessantes thema dafür dass der markt doch nach unten laufen könnte das heißt die nächsten marken die wir hier haben sind bei 0 87 395 0 86 910 dann haben wir hier ein level bei 0 86 668 und dann ganz unten hier bevor wir das tief erreichen läuft der markt dann über die 0 86 444 und das ganze gucken wir uns auch mal eben noch in der stunde an weil sie sehen sie an den farben auch wieder wir haben die situation hier aus dem stundenchart herausgezogen wo ich die tiefs habe was habe ich gemacht ich habe mir einfach den aufwärtstrend hier genommen und habe die entsprechenden korrektur tiefs des aufwärtstrends genommen jetzt haben wir hier die situation dass der markt entsprechend hier einen ja leicht nach unten tendierenden markt haben wir sehen das auch im tageschart wir hatten hier auch den rutsch nach unten von der seite her gaps passieren ja im währungsmarkt sehr selten aber übers wochenende kann das schon vorkommen das heißt wir haben mit einem down gap geöffnet und der markt läuft auch momentan weiterhin etwas nach unten und das ist natürlich das was wir hier in der stunde auch sehen und wenn die stunde entsprechend einen abwärtstrend gebildet hat das ist dann dieser bereich hier unten den ich hier etwas markiert habe wir müssen hier unten runter dann haben wir schön einen abwärtstrend im markt laufen das heißt die stunde läuft dann in den abwärtstrend des tages in diese richtung hinein und die idee ist hier vom prinzip her zu sagen okay der markt läuft hier runter und diese ideen sind übrigens auch in sehr sehr vielen zeiteinheiten handelbar weil wenn der markt runter läuft dann läuft er in den 5 minuten genauso nach unten wie in der stunde oder dem tag und deshalb ist es auch gut wenn sie beispielsweise auch ihre analyse ruhig auch auf den tageschart machen und dort wo bewegung ins spiel kommen kann da können sie ja die bewegung in jeder untergeordneten zeiteinheit auch traden also wobei da spielt die zeit ja auch gar keine rolle wenn der markt an dieser dieser marke quasi in ordentlich bewegung kommt dann spielt ja auch die zeiteinheit keine rolle dann läuft das ganze in ihre richtung wenn sie es richtig planen und das sind die dinge die wir hier auch machen über das thema trade planung können wir auch sehr sehr gerne mal in den spezialwebinaren am freitag sprechen wer das mag gerne einfach hier im post eine information oder für diejenigen die es im nachgang schaffen einfach per e mail an ticmel die information schicken und die wird dann direkt auch an mich weiter geleitet so hier waren wir jetzt auf der short seite unterwegs aber es kann ja auch sein dass der markt nach oben läuft heißt vom prinzip dass wir hier jetzt in der stunde nur etwas korrektur sehen und der markt dann hier oben läuft wenn er über diesen punkt hier oben raus geht dann haben wir erstmal auf alle fälle einen gebrochenen abwärtstrend wir haben im tag dann noch keinen aufwärtstrend den wir so handeln können aber wir haben einen gebrochenen abwärtstrend gibt es weiterhin positive dynamik mit steigenden kursen dann haben wir hier oben einiges an kursmarken liegen bis oben ran das heißt hier ist nach oben hin das fällt dann weit weit offen nur ob es soweit kommt wir wissen es nicht aber es ist immer gut wenn man eine szenario planung macht beide richtungen auch im kopf zu haben und zu wissen was macht man denn wenn entscheidung a vom markt gefällt wird und was wird gemacht wenn entscheidung b vom markt gefällt wird und damit gehen wir dann auch direkt zum währungspaar austral dollar us dollar so auch das austral dollar us dollar haben wir hier auch das erstmal mit blick in den tageschart wir hatten ja den austral dollar us dollar schon einige male in besprechung warum hatten wir den in besprechung wegen dieser entsprechenden multi time frame resistance sein das heißt wir haben ja einen widerstand der über viele verschiedene zeiträume auch läuft schauen sie sich wie lang der her ist wie weit der entsprechend auch schon häufiger getestet wurde und momentan befindet sich der markt wieder an genau diesem punkt hier wo der markt auch schon immer mal wieder nach oben getreten und das sind so die marken wo haben auch spannungsmomente immer wieder auftreten wo man häufig ganz am anfang nicht ganz einfach klar eine momentum um strategie anwenden kann die sagt okay jetzt dreht das ganze stark nach oben oder jetzt bricht das ganze stark nach unten sondern diese linien haben so ja wie so magische anziehungskräfte da passiert immer mal so wie so ein bisschen gerangel um eine entscheidung und das ist auch das was wir hier momentan im tageschart auch sehen das heißt was wir hier ja sehen ich habe es ihnen schon angezeichnet wenn wir mal das hier als letzten trend nach unten sehen hier dieses diese richtung ist der markt ja hier jetzt schon wieder trendig nach oben unterwegs und hat extrem tief korrigiert hier hatten wir zwei tage die massiv auch nach unten gelaufen sind wo der markt sehr sehr stark nach unten gelaufen ist und jetzt sind wir wieder in diesem bereich hier unten angekommen an diesem bereich können vom prinzip her jetzt auch wieder zwei dinge passieren entweder der markt tendiert hier zur schwäche und geht unten drunter durch dann läuft er unter diese markt von 05 was ist das 076 entschuldigen sie 076 517 dann haben wir natürlich den weg nach unten auch noch bis zur linie unter diesem markt frei und dann kann es unter umständen auch passieren dass der markt hier unten tiefer läuft also das von der reinen analyse her wäre das eine möglichkeit wenn es zum nachhaltigen bruch des ganzen kommt bleibt diese widerstand beziehungsweise es diese linie ist ja ein widerstandslevel weil der markt so widerständig keine richtige entscheidung trifft aber momentan ist es halt eher eine unterstützung weil der markt noch oben drüber geht widerstand eher in richtung wo geht es denn nun wirklich hin also hier an diesem punkt tief korrigiert innerhalb dieses bestehenden aufwärtstrends an dieser seite da kann es natürlich auch passieren dass der markt hier anfängt wieder nach oben rumzudrehen und das würde dann vom prinzip her so ausschauen dass sich hier schauen sie mal da hat sich untergeordnet schon etwas aufwärtsdynamik gebildet die momentan hier auch korrigiert wird wenn sich das ganze hier nach oben fortsetzt dann haben wir eine erste leichte aufwärtsdynamik hier in der stunde zu sehen das wäre dann natürlich eine schöne bestätigung für eine dynamik nach oben dass wir hier von unten nach oben wieder rauslaufen setzt sich dann der stundenaufwärtstrend fort dann können wir natürlich auch sehen über welche marken hier nach oben der markt auch läuft also da haben wir dann natürlich auch sehen über welche marken hier nach oben der markt auch läuft da haben wir auch im sinne des handels innerhalb der bewegung einen sehr sehr schön potenziellen trade nach oben auch wo man sagen können wer entsprechend hier im markt nach uns kauft das heißt dann wie wir unsere long position zur gewinnmitnahme veräußern können das sehen wir hier sehr sehr schön in den märkten wie schon gesagt wir müssen einfach abwarten was der markt hier macht wie sich das ganze entwickelt wir wissen es nicht genau aber momentan ja ist es immer noch der bereich den wir haben um diese widerstandslinie in den verschiedenen zeitebenen und da wird halt ein wenig ja hin und her bewegung stattfinden bis dann vielleicht irgendwann eine ordentliche am entscheidung gefällt wird und der markt wenn es gut läuft ähnliches tut wie hier in schöne dynamische aufwärtsbewegungen rein zu gehen wir werden es sehen auf alle fälle momentan wieder eine spannende geschichte hier in diesem bereich und damit möchte ich mich für heute auch bei ihnen verabschieden vielen dank für ihre ja mit schauzeit sozusagen morgen früh gegen acht gibt es wieder den blog auf tickmel gegen 9 uhr sehen wir uns dann hier an gleicher stelle wieder oder wenn sie mögen dann als aufzeichnung auf facebook oder aber im youtube kanal von tickmel wenn sie mögen werden sie auch dort abonnent und sie verpassen nichts also gute trades bleiben sie fit und wir sehen uns morgen bis dahin ihr mike seidel